hallo und herzlich willkommen zurück zu deftrash ja wir sind immer noch in der kotzbar und ich habe mich erinnert wo der händler war ich habe das wollen ja gar nicht ich habe nämlich echt gerät sich das haben wir irgendwo gab es noch einen automaten wo man rüstung kaufen konnte ja gab hier kampfwässer 16 und die metallrüstung hat nämlich schon 30 sie würde ich mir gerne gönnen so die hammer jetzt tauschen wir hier mal kampfwässer gegen metallrüstung ja sehr geil dann haben wir das nämlich erledigt so dann würde ich die gern zerlegen die kampfwässer müssen wir mal schauen was haben wir denn alles im rucksack plastikmüll kann bei händlern verkauft werden dann gucken wir mal was wir hier noch checken können nein da wollte ich rein verkaufen die dritte die behalten wir natürlich plastikmüll den vercheck mal wir verchecken ein stack hier 820 brauchen wir so viel ich weiß es nicht ist das gewehrpatron gewehrpatron die normalen patron verkaufe ich die stole verkaufe ich verkaufe ich verkaufe das gewehr auch was alles wir müssen ja hier jeden schrott mitschleppen okay jetzt sind wir auf jeden fall wieder ein bisschen reicher ansonsten ich gucke gerade mal anleitung schrott anleitung energiezellen schrotflinte gäbe es noch was haben wir hier aber nichts was ich jetzt noch unbedingt haben muss ja okay dann haben wir hier der maschinenhändler ja auch gott bis ich bis mir wieder eingefallen ist wo der war das war ich tu hier ist ja nämlich man muss hier durch den eingang da rennst du hier durch die ganze kopf war und schlussendlich weißt du so lasst uns aber mal ganz schnell gucken was wollen wir denn heute machen entdecke das geheimnis von new delphi haben nach einer weile nach new delphi zurück aber dann würde ich sagen wir schauen uns einfach mal ein bisschen um auf der map weiß ja nicht was eine weile genau bedeutet wir können ja mal gucken dass mich mal gerade hier ein bisschen palast der königin hat mir auch irgendwo schon ein fragezeichen aufgeregt irgendwo war da noch ein fragezeichen zumindest habe ich das irgendwie gedacht ich würde sagen wir können ja mal hier ein bisschen aufdecken in der nähe von neue delphi gehen wir einfach mal hier runter laden oder freu ich mich über die neue rüstung ich wusste irgendwo gab sie ich glaube wir gehen mal direkt zu denen begegnung mal welche art ja das wollte ich mal gesagt haben glaubst du an die titan klar gut so ja finde ich auch hey idiot danke unhöflich warte auf die map gucken okay das sind die guten ne da gibt es hier irgendwo fleisch oder irgendwas kein fleisch nix zum einsammeln hier ist aber wo sind wir denn hier gelandet ja gut jungs dann viel spaß noch bei der patrouille ja gut so ja ich weiß sonst würde die ausklippen wahrscheinlich gehen wir mal weiter und fragezeichen da gehen wir hin neugierig wie wir sind bisschen auf eigene faust hier rum rumlaufen sehr schön schlachthaus was okay die sind wir mal los kann man mit ihm reden jo hey bist du auch für die steaks da mhm was steaks du hast doch nicht davon gehört wir nennen sie metzgerstück hey hast du auch ein metzgerstück steaks die so gut sind dass sie dein gehirn zum schmelzen bringen und sie lassen dich dinge sehen visionen die wahrheit also bist du hier wegen den steaks jo großartig hier ist ein angebot ich zeige dir einen einfachen weg wie du da rankommst und du bringst mir ein stück mit gut was ist der plan ich will dass du dich in den keller schleißt und mir ein metzgerstück mit bringst es muss noch was davon da unten geben es gibt da einen geheimen eingang hinter dem haus bei den steinen noch fragen geheimgang ja ich habe gehört das haus hat einen keller und dass es da einen versteckten weg gibt irgendwo hinter dem haus zwischen den steinen noch fragen steigt zeigt die wahrheit genau das ist eins und wenn du einschließt beginnst du die realität so zu sehen wie sie ist aber es ist schwer eins in die finger zu kriegen mit all diesen gottes jägern hier und so hier und so okay nein ich habe keine frage mehr ich mache mich mal auf die ja danke die super wer legt denn hier überall Min aus was soll das denn naja ihr könnt das ja gerade aufdenken ne klar was ist das Behälter kein Behälter auch schön so dann können wir uns gleich mal eins hier ah hier ist der Geheimgangschneimer ok wir gucken uns aber erstmal um oder ojojojojoj die waren aber hart ey damit habe ich nicht gerechnet Dankeschön die Penner ey so Organe kann man immer brauchen das stimmt oh ne nein das wollte ich nicht das wollte ich eigentlich ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Wunderbar, okay, ja, das lief ja relativ, relativ gut. Okay. Ich dachte, die hat Bitter da drin, ne? Ah, da würde ich aber schon gerne reingehen, eigentlich. Oh, der hat so eine Knarre-Scheiße. Ja, da taucht was mir direkt rein. Oh, das war auch eher schlecht als recht. Alter, Falter. Na. Gehirn, nett. Ja, das ganze Fleisch braucht man auch hier. So, was haben wir denn hier? Befehle, Gebet. Da haben wir jetzt mal hier noch das Fleisch mit. Ja, jetzt wissen wir, warum das Ding hier Schlachthaus heißt, ne? So, Schlösserknacken, was da da? Oh, schön. Ich würde mir eigentlich auch gerne, wir müssen mal gucken, können wir uns das zufällig? Nee. Ich würde mir natürlich gerne mal das Rezept gönnen für die Heilpacks, ne? So, ein bisschen was auf Zähigkeit würde ich, glaube ich, noch geben, wenn wir hier wieder Punkte kriegen. Gucken wir mal kurz hier. Da haben wir noch einen Punkt. Gutes Verständnis von Tieren. Hightech wäre natürlich auch geil. Wobei, ich sollte einmal noch auf auf Waffen gehen. Komm. Jo, so. Damit wir einfach mehr Damage machen. Eine Falltür ist unter dem Bett. Ah, ja. Dann ist die Höhle doch für was anderes, ne? So, jetzt gucken wir mal, Tagebuch des Metzgers lesen. Sie kommen und kommen, wollen immer mehr, aber das Fleisch wächst nicht so schnell. Was soll ich denn bitte tun? Ich habe ihnen gesagt, dass es so nicht funktioniert. Es ist nicht das, was sie sich vorstellen, aber sie versuchen es nochmal und nochmal. Schwafeln etwas davon, dass sie damit ihre volle Kraft erreichen könnten. Idioten. Wenn sie wegschauen, renne ich weg. In meinen geheimen Bunker. Sie haben keine Ahnung. Okay. Gebet. Töte die Titanen. Verzehrt deren Fleisch. Stoppt die Maschinen. Entsorgt deren Gott. Erschießt die Leute über dir. Schaffe sie aus dem Weg. Scheiß auf alle und töte den Rest. Okay. Bewacht das Haus. Lass niemanden rein. Wenn wir hier erstmal fertig sind, sind wir ein großes Stück näher an wahrhaftiger Freiheit. Scheiß auf Gott und den Rest. Eine kleine Bitte noch. Lass die Bettchen bitte so stehen, wie sie sind. Okay. Interessant. Eine zerlege ich mal. Damit wir... Oh, wir sind schon wieder voll. Über die Maße hinaus. Mensch. Erstmal würde ich mich gerne hier aber noch umgucken. Erstmal essen wir noch was. So ein Ding macht 70 Leben. Na ja, geil. Ah, komm. Da komm ich nicht drum rum. Da komm ich nicht drum rum. Vielleicht sollte ich das Ding hier... Ah ja. Nicht sicher, was es ist. Du musst auf jeden Fall nicht drauf machen. Okay. Was ist das denn? Totenkopf? Was ist hier unten los? Ach, das sind wieder sehr viele, wa? Jo, das war nicht schlecht. Ja. Ach, so, so mag ich das. Müll kann ich schon nicht mehr mitnehmen. Schade. Patronen. So, was habe ich hier schon wieder gebet? Lesen. Aha, kennen wir. Lesen. Kennen wir. Okay, wenn wir hier so weitermachen, brauche ich auf jeden Fall mehr Fleisch, ne? Müssen wir mal nach Neu-Delphi. Da kann man doch Fleisch kaufen. Dann werde ich das weg. Schädel. Schädel. Okay, was kann der? Schädel. Ja, gut. Schädel. Schön. Jetzt haben wir hier Pistole, Pistole. Eine verlesen. Ja, ist da wieder Metall raus? Okay. Na, dann decken wir mal noch auf das Stück. Müll habe ich auch schon zu viel. Oje, oje, oje. Ja, wir müssen unbedingt mal nach Neu-Delphi reisen. Was ist das da? Okay, mit dem kann man nichts anfangen. Wieder drei. Dann werde ich mich mit denen jetzt eigentlich gerade gar nicht anlegen. Sonst wird es echt eng hier, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal durch die Falltür. Ja, ist immer super, wenn man gleich Fleisch findet, ne? Das kann nichts Gutes bedeuten. Abgeschlossen, okay. Hey, was geht bei dir, Mann? Entspann dich mal. Ich wollte eigentlich mit ihm reden. Aber er wollte nicht mit mir reden. Okay. Dann kriegt er halt aufs Maul, ne? So, ich mach. So, das hier. Konsolieren wir. Und unser Rucksack ist schon wieder so rappelvoll. Wir müssen auf jeden Fall nach Neu-Delphi ins Zeug verchecken, ey. Alter, Alter. Das würde ich dann mal Outtake mal schnell machen. Haben wir jetzt eigentlich das gleich schon gefunden, was der da wollte, ne? Mein Inventar ist schon wieder voll. Mein Inventar ist schon wieder voll. Gebet lesen. So, stoppen wir uns das nochmal rein und das. Jo, das ist echt bitter. Ja. Da ist nur einer, ne? Jo, mit einer Schottie. Ah, die Pumpkan, die knallt schon, ne? Ah, ein gutes Stück Fleisch haben wir gekriegt. Cool. Äh, wir haben schon wieder null Platz. So, was haben wir denn hier? Sauertopf, das ist ne Droge. Schnaps. Scheiße, ja. So, wir zerlegen mal hier noch. Was ist denn das? Pumpkan kann irgendwas. So, wir zerlegen mal hier. Was ist denn das? Was ist denn das? Wesen. Endlich. Das Fleisch ruft nach mir und ich habe es. Das letzte Stück gehört mir. Sie sagt, dass es gefährlich sei, dass ich es ihnen geben sollte. Sie würden es zerstören, mich wieder gut fühlen lassen. Aber sie haben ja keine Ahnung. Mir geht es glänzend. Besser denn je. Das letzte Stück gehört mir. Ich werde es beschützen. Nö. Also, ja. Du versuchst es, ja. Ja, was haben wir hier? Metall, Müll. Yo, kann ich alles nicht mitnehmen. Alter. Ja, ich muss mich auf jeden Fall mal auf den Weg nach Noldefi machen. Ich brauche... Oder ich brauche nur Verkaufsroboter. Vielleicht gibt ihr hier einen. Was ist denn das da oben? Lass uns mal kurz nach da oben gehen. Okay. Ah, hier ist verschlossen, ne? Ach, Mist. Ah ja, okay. Dann kommt mein Hino wieder raus. Ja, ja, ja. Ich muss nach Noldefi. Ich muss hier kurz folglos werden. Wir geben während derweil mal die Quest ab. Dann changen wir die Folge. Und wenn wir wieder hier sind, dann... Dann bin ich leer. So, du hast es gefunden. Richtig schnell. Geh her. Hier, nimm. Oh, du glorreiches Stück Fleisch. Ich werde dich genießen. Hier, nimm das als Dankeschön. Okay, Nanoleben. Geil. Tschüss. Ja, cooler Typ. Nett von ihm. Wirklich nett von ihm. So, 22 Minuten. Ich würde sagen, wir changen die Folge. Wir wollen ja hier bei DeathFresh nicht ganz so lange Folgen immer machen. Dann, ja. Ja, bedanke ich mich natürlich bei euch wieder mal fürs Zuschauen. Und es würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr die nächste Runde wieder dabei seid. Ich wollte eigentlich nicht nach Neue Delphi, sondern nach Taurus. So, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr gleich wieder dabei seid. Bis gleich. Ciao.